Seit 1688 backen die Harry-Bäcker Brot und Brötchen. In unserer Großbäckerei in Trostdorf bilden wir in drei Berufsfeldern aus. Fachkräfte für Lebensmitteltechnik verbinden bei Harry-Brot handwerkliches Bäckerwissen mit vollautomatischer Produktionstechnik. Fachkräfte für Lagerlogistik bewegen bis zu 2500 Paletten am Tag. Mit modernen Systemen wird unsere Ware zur richtigen Zeit zum richtigen Ort gebracht. Mechatroniker kombinieren Mechanik, Elektronik und Steuerungstechnik. Durch ständige Wartung und Optimierung sichern sie einen reibungslosen Produktionsablauf. Die Aufgaben bei Deutschlands größten Bäcker sind überraschend vielseitig und spannend. Ob Produktion, Logistik oder Technik – hier ist für jeden was dabei. Bewirb dich noch heute und komm ins Harry-Team.